Er tanzt mit dem linken Fuß einen Seitwärtsschritt. Eins, schließen. Zwei, nichts bei drei, nichts bei vier, er geht leicht nach vorne. Fünf, schließt bei sechs, sucht den Körperkontakt. Das muss ein bisschen der Mann steuern. Wenn zwischen uns Luft ist, dann haben wir nachher ein Problem. Richtig schön eng an die Frau ran. Hallo, mein Name ist Volker. Ich bin Petra. Und wir zeigen euch heute zusammen unsere Hochzeitstanz-Choreografie auf den Song Perfect von Ed Sheeran. Den Rücken der Frau rumschlingen, den Arm, die andere Seite, da fixiere ich das Bein richtig mit Druck an den Körper. Die Frau hat ihre Hände um seine Schultern gelegt, die Finger schön elegant geschlossen, nicht so monsterartig geöffnet. Also stark umdrehen, vor allem auf Schritt Nummer fünf. Das ist der Trick für diese Abschlussdrehung. Wir zeigen das ohne Pause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nichts bei sieben, Knie anheben bei acht. Dabei darauf achten, dass die Fußspitze nach unten zeigt und nicht die Fußspitze angehoben wird. Das sieht nicht so gut aus. Also Fußspitze nach unten, das wäre die Bewegung für die Frau. Deswegen kann ich diese Bewegung auch nochmal nutzen, um zu korrigieren, dass ich richtig Körperkontakt bekomme. Mein Bauch ist also tatsächlich an der Frau dran. Der Rücken möglichst gerade. Jetzt umschließe ich hinten die Hände um die Oberschenkel der Frau. Ich umschließe die Hände so, dass die Finger ineinander verzahnt sind. Dann schließe ich die Hand und am Schluss bringe ich nochmal die Handflächen zusammen, dass ich hier wirklich Druck auf die Hand habe und hier stabil die Frau halte. Das Ganze in Höhe von ihrem Oberschenkel und jetzt hebe ich aus dem Bein nach oben. Von unten nach oben schwingen, dann nach außen flühren, am Arm der Frau entlang. Ich habe gerade deinen Kopf berührt, das sollten wir unbedingt vermeiden als Mann.